Ja, Planitzer ist ein super Skisprungrad und ich glaube das spannt uns schon, wenn man da herfahren kann und da wo man eh oft dabei sein kann. Und das pustet uns schon einmal ganz anders, als bei einem normalen Weg. Es ist eher mehr so eine Fliegerschanze, man muss sich über den Fahrbau gut ausheben und dann schnell werden. Das liegt mir eigentlich eh ziemlich gut, aber am Montag werden die Karten gemischt und dann schauen wir weiter. Es ist immer richtig lässig da zum Springen. Wir haben da jetzt also echt sehr viele Schanzen, da kann echt von jung bis alt kann jeder da springen gehen. Das ist auch super Schanzen, sehr harmonisch und ganz lässig zum Springen. Die Schanze ist super präpariert, es waren auch richtig gute Bedingungen, es ist voll mit der Kampfstimmung, also richtig cool. Ich freue mich so richtig, die Vorfreude ist richtig groß. Nervös bin ich natürlich auch ein bisschen, aber das gehört dazu. Also die Sprünge haben auf jeden Fall noch Potenzial, bin aber trotz dem guten Fahren dabei und ja, da nehme ich mir noch was vor für die Bewerber. Die Schanze ist auch super präpariert und das sind eigentlich super Voraussetzungen für gute Wochen. Wenn man auch schon am Sprung oben sitzt, dann wird das sicher ein cooles Gefühl sein. Ja, Ziel ist sicher, mit Eile zu machen. Und die Schanze ist super abeinander und es wird sicher eine coole Woche sein. auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF B